Ah! Mo, ey. Setz dich doch mal durch, ey. Es ist wie im Training, sag ich dir immer. Jetzt geht's weiter. Ihr bekommt jetzt drei Bilder eingespielt von drei Fans. Alexander, Tim und Sabine. Das war ein Aufruf. Dazu gibt es drei Berufe. Zum einen ein Gefängnisseelsorger, ein Bankkaufmann oder Bankkauffrau oder eine Intensivfachpflegekraft. Na gut, aber das ist ja ein pures Raten. Ordnet die Bitte zu. Ein Intensivfachpflegekraft. Das ist, wenn jemand krank ist, zu Hause, dass er gepflegt wird. Okay. Ja, dann würde ich da Frau. Das ist tatsächlich pures Raten, außer du kennst zwei von denen persönlich. Gibt es denn irgendwelche... Wenn das eine Frau ist, dann heißt das Chargerin? Dann wird das... Ja, genau. Ja, gut. Ja, gut. Dann sind es clever. Also mein erster Gedanke... Also hier ist schon mal Frau. Ja, und hier haben sie nicht Gefängnisseelsorgerinnen geschrieben. Das kann eigentlich nur die Frau sein. Oder es war ein Trick. Oder es ist eine Falle, ja? Nobby hat gerade gesagt Bankkauffrau und dann hat er eine Sekunde gewartet und dann sagt der Mann. Da merkt man den erfahrenen Quiztaxi-Marco. Also ich sage, er ist die Intensivpflegekraft, der Tim. Ich nehme jetzt einfach einen. Ja? Der sieht nach Intensivpflegekraft aus. Es ist ein Kompliment, nicht, dass es falsch rüberkommt. Er sieht echt süß aus. Ja, ja. Was ist Alexander? Alexander ist Gefängnisseelsorger. Alexander ist Gefängnisseelsorger. Ja. Stark, Alter. Ja, das stimmt. Aber ich meine, er sieht schon tough aus, so Gefängnisseelsorger. Könnte er schon machen. Ja, das ist gut. Mal machen Sie. Ich meine, wir haben ja eh keine Ahnung. Wir raten ja völlig ins Team. Dann habt ihr einen Punkt. Alexander ist Gefängnisseelsorger. Und das ist richtig. Und jetzt kommt es drauf an. Ein Punkt oder drei Punkte? Tim ist... Ah, ich würde mich nochmal umändern. Was sagst du? Jetzt darfst du entscheiden. Nein, ich habe den ersten Schritt gemacht. Jetzt musst du den zweiten Schritt machen. Dann ist es. Ey, jo. Aber... Der genießt sein Leben. Deswegen Bankkauf, Mann. Und was ist Tim? Intensivpflegekraft. Also ist Sabine die Bankkauffrau? Ja. Bist du dir sicher? Normalerweise sagt man immer, der erste Gedanke zählt. Ja, dann lass. Dann raus. Dann lass. Tim ist Intensivpflegekraft und Sabine ist Bankkauffrau. Wir haben... Die liebe Sabine ist immer noch die Bankkauffrau. Leider nicht. Ah! Mo, ey. Setz dich doch mal durch, ey. Ist wie im Training, sag ich dir immer. Aber sehr gut. Sehr gut. Ja, sehr gut. Ein von drei. Schmelle, du bist jetzt wie lange im Verein? 13 Jahre? 14. Das ist mein 15. Jahr jetzt. Das ist ja wirklich Inventar. Quasi. Also, deshalb die Frage ist für dich. Wie viele Fanclubs hat der BVB weltweit? Ich weiß es nicht, aber ich... Ah, sind die da alle eingezeichnet, oder was? Ja, die können auch nachzählen gehen. 14.000, 16.000, 18.000. 4, 3, 877. Und das ist richtig! C. C ist richtig! Super! Natürlich richtig! Was sind dich stark? Ja, der Schmelle hat das auch... Ey, der ist doppelter Titelverteidiger. Der hat das im Blut. Das ist Mr. Quistag-Tree. Ja, genau deswegen nervt mich auch die erste Frage schon. Jetzt geht es um die Wurst. Wie viele Stadionwürste wurden in der letzten Saison im Stadion verkauft? 301.000, 503.000 oder 795.000? Ich sage, bei so einem Spiel gehen 20.000, 25.000 Würste weg. Ach, sei, sei. Das ist eine Glücksfrage, Mann. Ja, das ist eine Glücksfrage. 80.000, jedes Spiel. Jeder gegessen, Minimum zwei. Ich glaube, jetzt nehmen wir B. Bin mir noch nicht sicher. Das 300 war das... 301, aber das essen ja wir beide allein. Das ist der Nobby allein schon. Das essen wir ja, so sehe ich auch. Kleiner Tipp, es gibt noch Pizza, Frikadellen, Dings, alles. Es geht nur um Würstchen. Was ist die Mitte-Antwort? 503.000. 500.000. Das ist das... Den hellen Millionenbund. B. B ist leider voll. A. Richtig! 301 nehmen wir. Ich würde das... Oh Mann, der ist ein Maschinen. Das ist ein Stamm. Der weiß, auf so Kleinigkeiten... Der kennt die Psychologie des Norbert Dickel. 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 Vielen Dank.